Kennen Sie das? Gerade wenn Sie am wenigsten damit rechnen, wird Ihr Kind krank. Da muss es wieder gesund werden und Sie müssen sich kümmern. Aber wer bezahlt Ihnen den entstehenden Arbeitsausfall? Die BIC hilft Ihnen dabei finanziell und zahlt Ihnen Kinderkrankengeld. Dazu müssen alle der folgenden Punkte erfüllt sein. Ihr Kind ist gesetzlich versichert, Sie selbst haben einen Anspruch auf Krankengeld, Sie sind berufstätig und erhalten kein Arbeitsentgelt in der Zeit, während Sie Ihr Kind pflegen. Keine andere im Haushalt lebende Person kann Ihr Kind beaufsichtigen, betreuen oder pflegen. Sie haben ein Attest des Kinderarztes. Ihr Kind ist jünger als zwölf Jahre. Dann haben Sie Anspruch auf bis zu zehn Tage im Jahr je Elternteil, also insgesamt 20 Tage, an denen Sie 70 Prozent Ihres beitragspflichtigen Arbeitsentgeltes bekommen können. Haben Sie mehr als zwei Kinder, dann sind Sie pro Elternteil mit 25 Tagen abgesichert. Bei Alleinerziehenden bekommen Sie natürlich die Tage des zweiten Elternteils gutgeschrieben, also pro Familie 50 Tage. So können Sie Ihr Kind gesund pflegen und müssen sich finanziell keine Sorgen machen. Wenn Sie das, wenn Sie sich in der Tatast bflegen und müssen Sie in der Tatast hinbekommen, Sie werden es eher nicht in der Tatast bflegen und müssen Sie mit ihren König schützen. Dann können Sie eine kleine Basis AND die Meter überfallen,